Bei Battlefield 1. Du bist viel zu schön, ich spiel nicht mit dir. Ich geh weg. Ah! Nimm Rücksicht auf mich, ich bin krank. Ich auch. Ja, ich nehm aber auf dich keine Rücksicht. Weißt du doch. Jetzt geht das wieder los. Oh, ich glaub wir waren schon ziemlich am Ende. Irgendwo bei 8, ne? Ja, das war klar. Ich seh aber tatsächlich jetzt eher so aus. Auch die Augenfarbe passt. Ich hab zwei Tage im Bett gelegen. Oh. Ich mach's jetzt einer auf Hure? Ja. Die Grillsaison ist eröffnet, die Wurst ist da. Juppei die und juppei da. Arschloch. Wer ist der? Ah ja. Nase. Nase. Das kann ja heute nur noch schlimmer werden als schlimm, ne? Ja, mal aufgehört. Ja, stimmt. Halt's Maul, Arsch. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen, ne? Warte mal, geht das mit den Optionen hier, ne? Nein. Hä? Wo kann ich die Lautstärke einstellen? War das hier? Ist schon ein bisschen her, wo wir gespielt haben. Chat-Lautstärke? Nein. Nein. Ich kann die Musik-Lautstärke nur noch auf... ...null machen. Das ist irgendwie doof, ne? So, kann losgehen. Ja. Dann ist die Musik aus, das will ich auch nicht. Willst du das? Das ist sogar... ...muss nicht aus. Ich hab mich geopfert. Für einen Diamanten. Erstmal müssen wir uns hier wieder zurechtfinden, ne? Oh. Bin da drunken. Warum hast du das gemacht? Nein. Doch, doch. Doch, 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 doch. Ach so, weil... Oh, scheiße. Ich hatte jetzt kein Bild. Scheiße. Warte. Nun, komm. Auf die. Es dauert einfach zu lange, bis diese Blöcke da unten wieder auftauchen. Aha. Oh, ist das Säure? Du? Säure. Ja. Aber... Aber wir müssen nach oben. Du was? Ich hab dich hüpftet. Oh! Es hat mich verfressen. Stopp doing that. Nein. Ich bleib da stehen. Ich geh doch auf die andere Seite. Ach da, wegen dem Diamanten, da hab ich gar nicht hingeguckt. Der war so grün. Hehehe. Und jetzt? Ich kann nicht solche Position machen. Ja, ich hüpfe mal nicht rum. Das bringt nicht viel. Weil dann bewegt sich ja immer alles, ne? Wenn die ungenauen Sprünge noch ungenauer. Ah, fast geschafft. Komm. Ich motiviere dich. Du schaffst es. Ja. Genau. Äh, wie ging denn das jetzt? Ach, damit ging das. Komm aaaai! Bäh! Du überspringst wieder die Hälfte. Achso, die gehen ja weg. Ja, ich brauch mich ja jetzt noch nicht quirlen. Dann schießt du... Ich stichst du wieder da und schimpfst mit mir. Der Block geht nicht weg, ne? Wir müssen da einen Stein hinkriegen, glaub ich, ne? Mach her! Ja. Ich springe nach oben drauf. Ich springe nach oben. Hä? Nach oben? Du musst mich werfen. Ey, warte. Ich springe. Ich springe. Ich falle lassen. Oh! Oh! Oh, goodness gracious! Ah, gegen den können wir ja nicht so viel machen, ne? Mach doch. Ach, scheiße. Oh, my goodness gracious! Ja, schalte mal das Ding aus. Wo denn? Was denn? Ja, was so. Aber oben, das Ding meinst du? Meinst du, den Granatenwert wäre da. Ah, scheiße. Oh, what the fuck? Oh, jetzt hast du mich runtergedrückt. Wow! Ich glaub, kann ich nicht mal schieben. Wie kann man denn nochmal kämpfen? Welche Taste war denn das? Immer noch mit B. Ja, das ist die. Ich mein jetzt so, hau. Ah, wir sind ja weiter. Okay. Ich hab's noch versucht. Ja, ja, das ist das Ding. Oh, Mann. Und was hast du so gemacht? Ich habe... Den Donnerstag und den Freitag komplett im Bettchen verbracht. Na, Donnerstag war ich noch kurz auf Arbeit, aber dann bin ich ins Bettchen gekommen. Ja, und Samstag? Hab ich auf der Couch gelegen. So, vielleicht mach mal nach oben. Warte. Wie soll man das alleine schaffen? Alleine hast du andere Länge. Halt dich doch da oben an dem Ding drin. Warte. Mach dich kaputt. Hä? Ich find das geil. Äh. Naja, wenn du meinst. Ach, da oben ist so ein Klettervieh. Genau. Das schaffst du aber nicht alleine, oder? Ach doch, die kommen ja, wenn man ruft. Dann bring ich mich lieber um. Äh, wie bist du da runtergekommen? Ach, da oben ist da oben. Warte, ich bin... Ich boxe ihn! Was ist denn das für ein Vogel? Was macht der? Das gleiche, wie das letzte Mal, als wir ihn hatten. Der wirft uns laut. Ja, aber im Moment wirft der nicht so wirklich, ne? Äh. Ah, jetzt hat er das Maul auf. Oh, schade. Jetzt ist er tot. Ich versuch mal. Ach, scheiße. Du machst es falsch. Du machst es richtig. Ach, Mensch. Da macht er das Maul zu. So geht's aber auch. Ach, schade. Oh, glückliche. Ich bin da. Ich bin zufried. Arschloch. Nix da. Nein! Ich will nicht sterben. Ich bin zu jung. Hau ab. Ja, ja. Das Alter setzt sich durch. Aber das bringt nicht... Doch, jetzt. Genau. Oh, jetzt ist er bloß drin. Ja, schade. Warum lasse ich immer los? Wotde, fack. Was war das? Das erinnert mich. Wotde, fack. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn machen. Das Ding ist gut. Wabe. Oh. Wollt auch mal. Wotde, fack. Wotde, fack. Ich habe den Trigger gezogen. Ey. Geh du einfach. Ne, geh du. Du musst auch mal nach vorne spielen. Ja, ich fahr ja schon weiter. Aber, 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 aber. Falsche Richtung. Siehste, siehste. Jetzt. Das ist wieder typisch. Du musst auch mal. Du musst auch mal. Ja, ja, ja. Ja, aber dann sagst du ja auch nicht. Nein, warum sollte ich? Ah, Alter. Ah, ich bin der Soff. Stupid Game. Let's Theater. Ja, aber in dem Moment, wenn, das bringt nichts, weil, wenn das Level sich bewegt, dann ändert sich immer der Steuerwinkel. Ja, wenn das dein einziges Problem ist, dann geh jetzt. Die Fahrt nicht. Kannst du vergessen. Auf was wartest du denn jetzt? Los. Dass du was machst, weil das Level bewegt sich, aber nicht, okay. Ja, ich warte doch denn hier auf dich. Guck. Ja, warum muss ich denn alles machen? Mach dich Lipps. Na, darum. Du bist jünger. Du bist schon länger zu Hause. Ich spiele heute das erste Mal seit einer Woche. Ja, wirklich. Ich mach dich auch mal. Ich hab auch schon einen Punkt dir geholt, ja? Einen Punkt? Sagst du? Ja. Hä, was war das denn? Warum bin ich eben hochgeflogen? Hilfe, wenn du gebrannt hast, keine Ahnung. Ich lass dich mal kurz ein paar Minuten probieren. Oh, was soll das denn? Guck mal, wo ich jetzt bin. Das war einfach. Falsches. Ah! Ich hab dir die Folge in die Länge gezogen. Oh mein Gott, das ist gracious! Als ob ich nie was mache. In dem Spiel. Es gibt genug Beweise, die das Gegenteil beweisen, ja? Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Oh mein Gott, das ist mir doch egal. Oh, warum spawne ich jetzt nicht mehr hier? Kannst du dich denn mal bitte wenigstens woanders hinstellen? Ich mein, der Spawnpunkt ist da hinten. Oh mein Gott! Nein! Das kann jetzt nur eine Stunde so gehen. Herr Kedos möchte das so. Vielleicht schneide ich das auch raus. Hauge, geh! Ja, winkt ja nichts. Ja, da musst du auch mal was. Ich hab mir letztens mal eine Folge angeguckt, wo ich auch nichts gemacht hab. So sieben Minuten versucht, das so ein Turm hochzukommen. Das ist die einzige Folge. Du hast eine Folge von vielen gesehen. Nicht gesehen, mein ich. Geh weg. Ja, aber aus den anderen spreche ich auch erfahrungsgemäß. Ja, das ist deine subjektive Erfahrung. Ich hab aber Video-Mitschnitte. Diverse. Halt mir mal ein Video zusammen, wie auch du eine Challenge machst. Und wie auch nicht. Du benutzt diese auf den Verkaufschen in der Store. Okay? Bye! Ich kann jetzt nicht weitergehen, weil wenn ich da umschlepp, wohne ich wieder da unten. Oh no, Secret Devil.